Wir machen jetzt mal ganz schnell ein paar Quests. Houston, 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 Nein, ich brenne, Hilfe. Hallo Minecraft, zur zweiten Folge Minecraft Crash Landings. Ich habe ja letzte Woche, beziehungsweise letztes Mal, ein Fail gelandet. Das heißt, ich bin ja gleich in der letzten Folge gestorben. Ich habe dann auch nochmal nachgedacht und dann ist mir eingefallen, ich habe eigentlich sonst immer anders gestartet. Wir machen jetzt mal ganz schnell ein paar Quests. So, das haben wir nämlich jetzt schon. Und dann pflanzen wir hier auch ganz flott einen Baum, den wir hier mit Bonemeal hochwachsen lassen können. Den müssen wir jetzt erstmal so abbauen. So, ein Holz lassen wir stehen. Moment, hier müssen wir rein. Ein Crafting Table, ein Lester. Dann machen wir uns hier ein Werkzeug, das nennt sich ein Croc. Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Saplings von Laub droppt. Außerdem können wir damit eben die Silkworms kriegen. Geht ganz schnell hier abbauen. So, da seht ihr auch schon, dass wir in der Inventarleiste zwei Silkworms haben. Wir pflanzen gleich den nächsten Baum an. Na, komm schon. Wir brauchen nämlich ziemlich viele Saplings, weil damit können wir uns Erde herstellen und Wasser. Außerdem kriegt man ja, wie ihr seht, ziemlich viele Äpfel. Nahrung ist ja hier auch immer so ein bisschen ein Problem. So, wir bauen jetzt das Holz hier noch schnell ab. Dann pflanzen wir gleich noch einen neuen Baum. So, und den lassen wir einfach mal wachsen. Und dann machen wir hier ein bisschen das Glas weg. Das nehmen wir nämlich für den Eingang. Ähm, ja, Holz brauchen wir noch. Dann machen wir uns noch schnell eine Türe. So. Ähm, das Camelback müssen wir auffüllen. Dass wir hier nicht verdursten. Gut. Jetzt haben wir schon fast, äh, sind wir fast schon so weit wie beim letzten Mal. Jetzt überlege ich gerade, wie ich das hier aufstelle. Das haben wir ja letztes Mal auch ein bisschen verkehrt gemacht. Baut er jetzt schon? Ich glaube, da muss ich jetzt baut er. Genau. So. Dann Liquid Transposer stellen wir wieder hin. Äh, Fluid Transposer. Dann brauchen wir hier noch einen Stuhl. Das ist alles gleich wie beim letzten Mal eigentlich. Nur etwas anders. Ähm, ja. Die Reihenfolge ist ein bisschen anders. Na, Quatsch. Die Bücher wollte ich eigentlich da reinstellen. Äh, Questbook brauchen wir nur eins. So, es ist Nacht. Und wir werden uns jetzt hier einen Block entfernen. Es dauert ein bisschen, bis der kaputt ist. Das ist ein Eisengeblock, ein gechiselter. Und dann machen wir uns ein paar Leitern. Sechs Stück. Machen wir noch mal welche. So. Dann. Hauen wir mal das hier da durch. Dann kam nichts raus. Na toll. Gut. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Ach so. So. So, jetzt kommen wir nämlich hier hoch. Ähm, wie ging denn noch mal? Ah ja, genau. Ne Trapdoor. Dass wir da nicht aussehen runterfallen. So. Jetzt hauen wir das Zeug mal hier durch. Den Dust. Na ja, die Monster sind da. Was jetzt cool wäre, wäre, wenn wir gleich Glowstone kriegen würden. Dann können wir uns nämlich unten Licht machen. Sonst werden da definitiv ein paar Monster spawnen. Na ja, ein Glowstone haben wir. Ein Redstone haben wir. Das ist sehr gut. Weil wir arbeiten ja praktisch. So, was brauchen wir noch? Ähm, das können wir wieder wegräumen. Das räumen wir auch weg. Materials. Ich habe das falsche Buch wegräumt. Ein Questbook wollen wir behalten. Säplings tun wir auch mal da rein. Und dann gucken wir mal hier rein. Haben wir noch nicht. Äh. Nein. Wir wollen starten. Dann hier rein. Okay. Wasser haben wir noch keins hergestellt. Äh, Dirty Water Bottle war. Und Kroken. Und Kroken. Kroken Stonehammer. Okay. Wir gehen jetzt erstmal nochmal da runter. Und dann kann man hier nämlich, wenn man schnell genug ist, den Sand abbauen, äh, den Dust abbauen wie, wie Sand. Indem man einfach eine Fackel drunter stellt. Dadurch, äh, müssen wir nicht so viel Zeug rumkloppen. Und, äh, verlieren auch weniger Hunger. Das ist sehr geschickt. Und so farmt es sich ganz einfach. Wir höhlen jetzt einfach unten erstmal die Basis aus. Das kann man nämlich in der Nacht machen. Auch wenn, äh, die Zombies draußen sind. Zwei Klostern haben wir schon. Das ist schon mal sehr schön. Hm. Ja, wir müssen jetzt eben den Dust-Tier durchhauen, um unsere Rohstoffe zu kriegen. Come on, gib mir, gib mir Glowstone. Ich will noch zwei Glowstone haben. Glowstone, kein Eisen. Eisen ist zwar auch schön, aber Glowstone wäre mir jetzt lieber. Weil ich will natürlich gleich verhindern, dass da unten Mobs spawnen. Ja, drei. Einen noch. Und da war gar nichts, was da gekommen ist. Einen brauche ich noch. Hm. Na, da ist ein Creeper draufgegangen. Ja. Gut, dann können wir uns hier mit vier Glowstone eine Glowstone-Lampe bauen. Die werden wir gleich mal hier unten platzieren. So, dann sind wir hier unten nämlich, äh, sind wir erstmal mobsicher. Sehr schön. Gut. Was machen wir als nächstes? Wir gucken mal ins Buch, aber wir gehen mal ein Stück zurück noch. Ach so, ja, das hatten wir ja schon. Dann nehmen wir mal hier hinten die Needle Gun. Die laden wir schon mal. Dann, ähm, will ich ein Board. Hm, wie heißt denn das? Ja, wir müssen hier mit Tinkers Construct arbeiten. Das hier will ich. Potion Shelf. Eine Flasche, ein paar Slabs. Eine Flasche opfern wir jetzt hier einfach mal. Weil das einfach dann, äh, kann man hier, hm. Ähm, unsere Flaschen einfacher lagern. So. Hm, der Latest Death vom letzten Tod ist noch da. Es ist Sonnenaufgang. Holz haben wir keins mehr. Wir tun mal unsere ganzes Zeug hier da rein. Was haben wir hier? Ja, Lorium. Ähm, die Steine verkraften wir mal. Das sind nämlich ein 3x3. Gibt Cobblestone. Sehr geschickt. Oh. What the hell? So. So weit waren wir bei der letzten Folge auch ungefähr. Ähm. Jetzt wird's gleich wieder spannend. Die Spinne hat mich schon gefokust. Ich will jetzt gleich nach draußen gehen. Und, ähm. Ist schon Tag? Oh ja. Oh ja. Einfach schon mal hier, äh, ein bisschen Zombies killen. Weil wir brauchen zum Beispiel von den Spinnen, die Fäden, um uns ein Bett zu machen. Also, wir brauchen, müssen einfach manchmal rausgehen. So, wir suchen jetzt hier nochmal ein bisschen rum, ob wir noch irgendwelchen Loot finden von den Zombies. Sieht aber nicht so aus. Zumindest nicht viel. Da liegt noch ein Fleisch. Das nehmen wir auch mit. Wir sprinten nicht. Oh, ein Creeperhead hab ich sogar gekriegt. So. Außerdem bauen wir uns hier schon was hin. Dass die Zombies da nicht reinkommen. Fangen wir frühzeitig diesmal an. Und dann, ähm, ja. War's das aber gleich von ersten Tag hier, den ich diesmal überlebt hab. Bei, äh, Minecraft Crashlandings. Crashlandings. Ich mach hier noch ein bisschen die Barriere. Und dann, äh, verabschiede ich mich. So. Das passt. Also, wir müssen hier einfach erstmal, ähm, ne Mauer aus Dust bauen, die zwei hoch ist. Das reicht, um die normalen Zombies abzuhalten. Für Spinnen reicht's natürlich nicht. Da müssen wir uns später noch was überlegen. Aber das seht ihr dann in der nächsten, ne, in der nächsten Folge wahrscheinlich noch nicht. Also, ich glaub nicht, dass ich das wirklich so schnell baue. So, hier müssen wir noch ein bisschen was abbauen, damit die nicht auf dem Haus oder durch, über unsere Base, äh, reinkommen. Und so. Gut. Das war's jetzt von der ersten, oder, beziehungsweise eigentlich von der zweiten Folge. Guck mal, hier, da haben wir schon einen fertigen Varuna. Also, wenn wir jetzt sterben, dann, äh, können wir mit dem einfach wieder entstehen. Ich mach jetzt noch kurz ein, ein Quest hier. Machen wir mal so. Nämlich Zombie Jerky. Das gibt uns nämlich noch weitere, ähm, ähm, ja, den Silkworm muss ich, glaub ich, erst braten. Genau. Ähm, was haben wir hier? Zombie Jerky, Zombie Jerky. Gut. Wir haben jetzt schon ein bisschen was zu essen. Wir haben anderes Zeug gesammelt. Ähm. Ähm, ich hoffe, euch hat's gefallen. Äh, dieses Mal war es ein bisschen produktiver, als letztes Mal. Und wir sehen uns hoffentlich dann eben in der nächsten Folge von Crashlandings. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, oder ein Abo, oder wie auch immer, wie ihr das wollt. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.